Danke. Ich war... Was? Das war schon weit genug oben. Fällt mir doch nichts. Ach, komm, ey. Mach das ja nur aus Übungszweck. Und ihm lief es doch so gut. Beim zweiten Versuch lief es da durch. Und... Geh doch auf die Plattform, Junge. Und dann dutsche ich wieder runter. Und dann bin ich nicht weit genug vorne. Ach, komm. Ach, fick dich doch. Ja, es wird wieder eine 20er Zeit. Ach, fick dich so sehr. Fick dich einfach nur. Ja. 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 Was mach ich denn? Spät. Nein. Ach, komm, ey. Oh, scheiße. Alles schon wieder. Oh, scheiße. Ach, fick dich. Scheiße muss ich machen, ey. Geh. Zahlt dem dicken 2 Euro, dass du aus einem Discord darfst und dem Schwanz lutschen. Doch genau dein Ding. Ich hab doch gedrückt, dann eben nicht. Dann hab ich eben nicht gedrückt. Checkpoint nicht mitnehme, wofür auch. Checkpoints brauche ich nicht. Als ob ich Checkpoints brauche. Nein, zu früh. Ach, ich doch. Zu früh. Zu spät. Ja, was? Ach, als ob. Alles ob. Ach, zu spät. Yes. Ach, zu langsam. Ach, zu schnell. Ach, zu schnell. Ach, scheiße. Das war ja ganz schlecht. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Leider ist der Dicke. Nein, ja, Dicke. Wie dick hieß... Butterberg ist das irgendwie. Schmalz-Ober. Was besser als dick, weil... Er ist nicht nur ein bissler dick, weißt? Er ist schon ein richtiger Butter-Koloss. Aber so sieht man halt aus, wenn man sich regelmäßig 5 Kilo Schlachterpfelle auf den Grill wirft und alleine frisst an einem Tag. Das gute Jahr, Qualitätsfleisch natürlich meine ich, nicht Schlachterpfelle. Er achtet ja auf Tierschutz und kauft nur beim Bio-Bäckern sein, das vertrauen sein Fleisch. Da kennt er nix. Da kennt er nix. Da kauft er einfach ein... ...vom Bio-Schwein. 20 Brezen. Wie viel kauft er denn im Buch? 20 Semmel und 5 Brezen irgendwo. Ach komm, äh... Vor allem bin ich da so gut durchgekommen. Das ganze Grafitron. Grafitron. Was red ich da? Hört mir einfach nicht zu. Mach das Glückste und hört mir nicht zu. Ich bin da jetzt noch rumgekommen. Egal. Die Scheiße. Das ist jetzt live. Was? Die 5 Kilo Grillabfälle auf den Grill zu werfen, jeden Tag und zu fressen? Ja, Road to 300 läuft, ne? Ist halt ein echter Bodybuilder. Da wiegst du halt auch mal 300 Kilo. Demnächst dann auch Reaction-Stream von mir auf dem Dicken. Natürlich nur echt mit Spenden-Links und Tipi-Stream und so weiter. Und tollen, lustigen Aussagen. Jetzt zeige ich nur die unbekanntesten Videos, die jeder kennt. Wir weren't? Ich bin einfach Kerite-Stream. Ich bin einfach pegle Typen. können wir zu Lesion pageantieren, mit einer有 Britz Н НAP. Mir nicht wenn wir wissen. Ach, mal Thank you! Gib its euch ein wenigstens. Sie Capital oder es¿做it? So, jetzt vielleicht mal nicht scheiße spielen Oh wow, wirklich, sag mal Wie geistig abwesend kann man denn sein? So ein bisschen und schon noch ein bisschen mehr Ah, was mache ich denn? Ich muss doch hier raus Die Fallschraube Kein Grund, ha? Jetzt hört's Level auf Läuft halt gut, bis es nicht mehr läuft Und laufen wir nochmal rein Hey, was so schön war, nochmal? Nein, okay Schade So ein Tipi-Tipi Ne, nicht mit Wenn ich noch mit Plura spreche Was? Soll ich das auch so meinen Sprechen? Nicht Tipi, mit E musst du da schreiben Ich glaube 3 irgendwie T-I-P-3-E Oder so ist so ein Dienst Da kannst du dann so Geld spenden Musst du mal gucken Und du irgendwie Und dann kannst du so Dann hast du halt Leute, die gucken sich lustig Rainer-Videos an Hohohoho Teilweise noch in seinem Original-Account Obwohl man das nicht macht Und man einfach nicht beim Dicken guckt Und lasst sich dann mit Geld bewerfen Weil sie irgendwie alle 10 Sekunden das Video postiert Und sagen Hohoho Hat er jetzt nicht gesagt, der Dicke Der ist übrigens total dick Komm schon Sag mal Das hört's aber auf Sehr lange schon eine Beleidigung Was hier los ist Das hat doch schon funktioniert Ich war doch schon wieder oben Ach komm schon Wieso funktioniert das nur manchmal Wenn ich sofort drücken muss Keine Sekunde langsamer sein darf Ich hasse diese Stelle so sehr Fick dich, fick dich, fick dich Einfach nur Ach, was Danke Ich bin nicht mehr hungrig mit Einfach weiterlaufen Gar nicht erst springen Flippen ist überwertet Einfach laufen Als ich jung war Konnten wir auch nicht flippen Wir hatten ja nix Damals nach dem Krieg Vom kalten Krieg Waren wir alle so arm Als die Ossis alles weggenommen haben Das wird auch Eine grauenhafte Zeit Grauenhaft Kommen wir tollen bisschen Dicken schützen Was? Das Typ, den so machen Macht das auch nicht mit Junge Reiner schützen Ich glaube es hackt es hier so 21,5 Alter Glaube ich heute Ich mach gleich Schluss Die Zeit sind scheiße Und hier verteidigt einer Rainer Das geht mal nicht Rainer verteidigt man nicht Das ist Was? Als das Lothring verteidigt man Aber doch nicht Rainer Jetzt vielleicht mal ohne Tauern zu sterben Und alles zu versauen Ich müsste das hier nochmal üben Das müsste definitiv schneller gehen Auf jeden Fall eine Sekunde Kann ich noch auspressen Denk ich Ach komm schon So natürlich schon mal nicht So verliere ich höchstens drei Ah fuck Ich werde doch Wow Die Leute Hier spielen Hier spielen Hier haben die Leute Stabe erschossen Deutschen Kaiserreich Hier wurden nicht Leute Einfach auf der Straße Schossen Herrsche Zucht Und Ordnung Ich bitte dich Das ist doch nicht so Eine Unterstellung Hier Was Was Glaubst du da Keine Ahnung Von Frühjahrs Dann sei doch einfach Durch Hallo Oh, tschüss Auto. Ach, wie ein Teleport. Pfff, gut. Muss vielleicht nicht dazwischen landen. Das kostet Zeit, verdammt. Pfff, gut. 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 Ich beiß gleich in den Controller. Das ist eh schon halb kaputt. Hier könnte ich auch durchbauen, habe ich vorhin festgestellt. Licht, das ist die Frage. Das spart halt eine Sekunde oder so. Ich kann es dann einfach nicht. Es will einfach nicht. Okay, also wir bouncen da. Dann bouncen wir nicht so schnell nach... Was? Moment. Also ich bounc... Komm schon. Nein. Ein bisschen Geduld geht das doch. Junge. Ich schaffe heute keine Zeit unter 20, glaube ich. Es wird Sommer, ist alles scheiße. Ich habe schon die größten Teil meines Lebens gebraucht. Soll ich mir eine Zahnprothese? Lohnt eh nicht mehr. Ich bin eh bald tot. Von daher. Ich habe schon die größten Teil meines Lebens gebraucht. Die Zeit sind immer so scheiße. Alle. Oh, komm. Und dann zum nächsten Mal. Und das ist ja alles da. Ich bin ja es echt. Es ist ja nicht. Ich bin ja auch. Es ist ja nicht ganz cool. Und jetzt kannst du es... Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht mehr. Spiel angefangen mache ich auch dafür Schluss das gleitet sie aus und die nächste Woche gibt es wieder Programmier-Streams. Ach komm schon! Ich kann behaupten ich habe zwei Stellen geübt. Jetzt kann man die Lenkung nur antun. Ich bin doch gesprungen. Ich hab den Knopf gedrückt. Ach komm!